Wie wäre das mit der Ausgabe? Hätte ich es ohne Map gesucht. So, jetzt nochmal echt. Wir gucken mal kurz auf die Map. Wir vergleichen mal ganz kurz, um genau zu sehen, ob ich da richtig stehe. Und ob das Licht angeht. Hier so, da wo ich stehe, ein bisschen jetzt rechts rein. Eigentlich. So, hier müsste es irgendwo eigentlich in Sichtweite. Das ist eigentlich, wie gesagt.